Hexie! Der ist doch ne Hexe! Die Hexe haut mir auch grad ein bisschen auf den Fels. Ich hab meinen Super drauf geschmissen. Ist schon fast raun, aber... Hat jetzt wieder Schild wahrscheinlich. Oh, schnell noch! Fast! Jetzt wär mein Super auch bereit. Ich glaub für solche Dinger ist mein 56 Schuss Ding schon geil. Ach komm, ich nehm das wieder. Überall um uns drum herum wird es rot angezeigt. Ich glaube, wir... Ansonsten würde ich sagen, gehen wir dann mal wieder zum Orbit. Weil wir sind jetzt Stufe 7, wir können jetzt die Stufe 7 der Story machen. Stimmt, ja. Oh, okay. Weil das läuft uns ja nicht davon, das äh, abzuschließen. Eben. Schauen wir mal ne Granate rein, guck was passiert. Nichts. Ups, das war mein Messer. Wäschchen. Wow! Das, äh, hat aber hier, ne? Oh, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Hinter uns? Wo, wo, wo? Hallo. Stier! Alter hat das Ding in den Stoß. Himmelarsch und Zwirn. Ist ja ein bisschen anstrengender damit. Hm? Wir kamen dann da raus, jetzt... Es ist einfach auch so mega dunkel hier unten. Müssen wir hier da weiter raus, okay. Ich kenn das hier langsam schon auswendig, das Gebiet, also... Wir gehen jetzt noch einmal durch, gucken, was wir da eventuell für ne Aufgabe kriegen. Genau. Oh Gott. Das war's erstmal mit denen. Weil ich denke mal, ähm, da das ja so Daily-Missions ähnlich ist, das kann man dann halt einfach ein andermal nochmal abschließen, wenn man Bock drauf hat. Ich hab aber auf jeden Fall Bock demnächst mal wieder zum Turm, weil ich hab richtig viel Enagramme-Dinge. Oh nein. Wieso, wieso hab ich laden? Jetzt darf ich, ich bin durch, ich bin durch. Oh, ich bin auch durch. Oh, nice. Hier kommt jetzt wieder der Kapitän. Oh, Bernd ist weg. Ich bin da. Ich seh euch wieder, alles gut. Oh, alles gut. Oh nein. Ich hab leider, Mann, ich hab dir grad ne Granate in den Rücken geschmissen. Ein Problem. Jetzt schweben die hier hinten. Naja. Also so Close Combat, ey, kann ich echt nichts sagen gegen dieses schnelle Ding. Aber ich seh, die schießt zu schnell, um zu sehen, ob die gut Damage macht. Oh, da drüben ist noch so ein grünes Bling-Bling. Oh ja. Was ist denn das jetzt? Das wird mir überhaupt nicht angezeigt auf der Karte. Wer will er uns denn eigentlich hierher? Oh Gott. Soll ich mal da machen? Haben wir noch was gehört? Irgendwo oben? An alle Hüter. Wir brauchen Informationen zu diesem Gebiet. Hoch und trocken. Hoch und trocken. Hoch und trocken. Erkundungsbericht des Wracks. Naja, jetzt muss er da wieder reingehen wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Aber da unten wird doch was angezeigt. Guck mal, da unten wird das angezeigt. Mhm. Ah, da schießt, äh, da sind wieder, die sind schon wieder gespawnt. Hier. Ja, lass sie mal bleiben da und gehst halt runter. Ich bin mitten in so Dinger reingefallen. Huch, Mensch. Ich auch. Miau, miau. Wollen wir auf die Dinger oder was? Oh, das war mein Ding, das ist gerade explodiert. Jetzt kann ich es wieder rufen. Ah, ich flieg natürlich in die falsche Richtung. Oh, und ich flieg die hinterher. Ach ja, Männer und die Orientierung sind im Moment. Hä? Gut, ne? Irgendwas stimmt doch dann. Läuft bei uns. Er fliegt viel mehr, weißt du? Also, ich finde den, mit dem Boost, wie gesagt, kein Mini anfreunden. Ach doch. Geht, hab ich dran gewöhnt. Ich hab den eigentlich durch, Kind dran. Ja, ich auch leider. Oh, hier ist ein Berg. Hier ist was. Au. Au. Jetzt sind wir hier wieder. Oh, Mensch, Hanni, hör nochmal auf gegen Gegenstände zu fahren. Au. Hier ist was. Hier ist was. What is this? What is this sorcery? Was ist das denn? Hast du das oben drauf? Ach, das Gebiet zu erkunden. Oh. Oh, okay, okay. Wir erkunden das Gebiet. Ich stehe hier und erkunde das Gebiet. Ja, ich auch. 60%, ihr schafft das. Wuhu. Wuhu. Wunderd. 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 Das war anstrengend. Dass war der Bescheid. Mh. Hier, da drüben sind ganz viele Gegner. Wo? Auf dem Schiff wieder? Wie weit ich meine Granate werfen kann. Ähm. Nicht so weit. Ich hab mein Messer mal geworfen. Das hat aber auch nichts. Fuck. Hier piept doch irgendwas. Ah, da vorne ist noch so'n Ding. Ich geb's mal an. Sehr gut. Hier piept doch irgendwas. Okay, ich habe gerade mal so einen gekillt, der so ein Material gedroppt hat. Ja, perfekt. Sehr gut. Dann liegt er jetzt da oben. Ab zu Schiff und kaputt machen, die Mensch. Ab zu die Schiff. Machen wir Schiff, kaputt, geh hier in den Schiff. Kaputt, geh. Oh, das ist mein Drama. Okay, ich habe einen Induktionsstab eingesammelt. Warum auch immer der Typ einen Induktionsstab im Arsch hatte. Wo ist denn hin überhaupt? Ich weiß nicht, Gegner töten hier. Ich höre hier gerade echt russisches Radio. Oh, hier ist eine Loot-Grade. Ja, das ist voll super. Das habe ich vorher auch schon gehört. Loot-Grade. Loot-Grade, wo bist du? Oh, da ist ja richtig was los. Warte mal, das ist Honey. Oh, ich helfe mal Honey. Du bist hier drüben gewesen. Ist die unten drin? Ja, unten drüben. Hallo. Ah, unten drüben, alles klar. Verstehst du? Natürlich. Sehr gut. Wo ist Honey? Hallo. Ich bin zieh. Wir brauchen mehr Induktionsstäbe für unseren Induktionsherd. Lisa, hier ist was. Oder hast du dir das schon gegriffen? Nein. Oh, das ist ein Gehaut. Oh, hallo. Hier ist Schnee. Entschuldigung. Hallo. Schnee im Sommer, oder was? Ja, hier unten, unter dem Schiff. Ich bin jetzt hier unter dem Schiff, weil ich gedacht habe, dass diese Loot ist. Es ist doch überall Schnee. Oh, fertig. Mission abgeschlossen. Sehr gut. Ich habe es nicht gefunden. Ist mir jetzt egal. Es gibt halt keinen Loot für mich. Obst, das wollte ich nicht. Ich drücke mal den falschen Klapp von der Waffe. Aber du bist da richtig, Olli. Yes. Warte, ich komme zu dir und zeig es dir. Okay. Hier durch. Oder nicht hier rechts um die Ecke. Blüpp. Da stand sie bei mir. Ist da hinten wieder was? Da ist nix, ne? Was? Da war bei mir ein Loot Crate. Ah, okay. Interessant, dass das nicht für jeden da ist. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Okay, Honey fährt schon mal weiter, ohne auch irgendwas zu sagen. Ich wollte gucken, was da ist. Und dann habe ich da Gegner gesehen. Oh, ich sehe nur superbereit. Lecker. Kommt halt, ihr Gegner. Superbereit ist echt geil. Hier ist was blaues. Hier ist ein toter Geist. Toten Geist wiederbeleben. Oh. Oh, ein Käpt'n, ein Käpt'n, ein Käpt'n. Wo? Mein Käpt'n. Aua, aua. Dann kriegt er von mir ein Super. Oh, yes. Komm her, du Käpt'n. Ich möchte dir meinen Super schenken. Hier kriegst du. Hier ist wieder eine Mission zum Start. Ich mach mal. Mach mal, mach mal. Entferne das Bergungsteam. Das hört sich ja nett an. Oh, alle mal mitkommen hier. Oh, bitte alle mal raus. Da unten ist ein Künderer in Gelber. Alter, rechts hoch mit mir. Ey, der geht ja. Das ist ja voll der krasse Gegner. Äh, wo? Dann habe ich hinschieße. Hinter dem Schiff. Dann nicht mehr so weit weg. Da ist auch ein Schweber. Wehe ich mal. Man hat allen Zielen eliminiert. Okay. Alter, Mann, macht der Damage. Oh Gott, bin ich weg hier. Boah, der bewegt sich auch voll schnell. Hier, truff. Ins Gesicht. Komm schon. Alter, kriegt der gelogen. Boah, schade, Junge, Junge. Oh, ein kodiertes Engram schon wieder. Nett, nett, nett. Oh, krass. So, Vandalenziel. Wo ist denn das jetzt? Ach, da in die Richtung. Ja, ich sehe es da hinten. Oh, da fliege ich aber hin. Bin faul. Warum wird es so dunkel? Hä, beim Jash. Event. Oh mein Gott, ein Event. Schnell da hin. Schnell da zum Event. Geil. Jawoll, ja. Jetzt geht's ab hier. Micky und Goffi. Alles in die Zeit. Oh mein Gott, wir müssen da so was Gelbes töten. Du sagst dann. Die Gelbe Gürtel. Super bereit. Uh. Ja, dann zündet ihr nochmal. Ich bin gleich groß. Ich zieh die nonfalls aus der Schussbahn. Oh, bevor ich sein Ziel erreicht, was ist los mit dir? Bam, 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 bam. Oh. Sehr guter, der Match. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau das. Hier, ich hau dich. Oh, ich bin tot. Bitte gefallen. Ist aber schon... Alter, ich komme, ich komme, ich komme. Mucha's, gratias. Ja, gut. Jetzt liege ich gleich hier. Ich rette den hier noch. Ich bin da, wir lebe auch gerade irgendwen. Schnell, schnell beeilt euch. Wir müssen uns beeilen, dass der Typ sein Ziel nicht erreicht. Oh, verdammt, der hat wieder seinen Schild. Er rennt einfach weiter, die Sau. Ja. Wir müssen ihn unbedingt in Kämpfer verwickeln und er darf seinen Schild nicht behalten. Hat irgendjemand aus dem Super? Nee, nix. Zieht euch einfach so wie ihr merkt, ihr kriegt so viel Schaden aus der Schussbahn. Was kriegen wir? Sehr gut. Alter Schwede. Ey, mein Gewehr macht es nicht. Der macht's, der macht's. Oh, der 40er, alter, der den Damage abgez... Nein. Nein. Geil. Sehr guter Arbeit. Goldstufe. Lichtpartikel. Was auch immer. Was auch immer, aber voll toll. Hauptsache Zeug. Ich werde immer noch irgendwo beschossen, ey. Ich kann nicht weg. Ich leuchte rot und blau. Ey, hier ist eine Loot-Crate. Bei mir. Ja. Also ich muss sagen, inzwischen liebe ich meinen Gewehr. Ich geb's nie wieder her. Alter. Okay, ähm, wir wollten in diese Richtung, da. Nein, ne? Und dann kam da dieses coole Event und dann haben wir... Ja. Und dann haben wir... Golds bekommen. Haben wir uns ein-, zweimal haben wir auf dem Boden nach was gesucht und dann ging's. Ja, der, vor allen Dingen der Stufe 40er, der hat den ja weggerockt am Ende. Wow. Der hat's ja einfach mit seinem Knife hingegangen und hat schlitzschlitz gemacht. Ja. Das mit dem Schwert ist auch cool. Also irgendwann werde ich mir das Add-on schon holen. Ja, na klar. Aber ich finde halt, das ist wie so bei jedem Add-on von dem MMO. Es macht eigentlich noch keinen Sinn, wenn du das noch nicht irgendwie zumindest den Main-Content durch hast. Wenigstens ein bisschen wissen, was man da macht. Ja, klar. Ach du Scheiße! Was? Hier. Nein! Los hier. Alles gut. Oh, da hast du wieder schon so... Der Bergungstyp ist tot! Schönes Ding. Nice! Hier um die Ecke war aber noch einer. Schafft. Ne, was weiter. Hübsch hübsch. Was war's? Ähm. So, wo ist jetzt hier? Wir machen das echt gut übrigens. Jetzt ist hier... Was müssen wir als nächstes machen? Ich käme erst mal wieder raus, wo wir gerade herkamen. Und dann die Übersicht zu kriegen, ob wir was Neues haben. Das ist eine gute Idee. Die gute Idee. Ah da, Patrouille verfügbar. Ach so, da drüben. Ach, jetzt müssen wir doch da lang. Uch, nee. Da dann. Echt interessant, was diese Hauptmission eigentlich ist, ne? Was wir hier machen müssen. Ja, wir müssen halt patrouillieren und die Hauptmission bei der Patrouille irgendwie diese Sonder, diese Special Feinde besiegen. Den mega gelben. Super ist sowas von breit. Oh, hier sind, äh. Naja, da gibt's jetzt halt ein Super. Uh. Servus. Jetzt war ich doch nicht aus, blöde Kuh. Ich hab gerade mich drauf eingeschossen, was ich machen muss. Aufgehauen. Der war doch gerade ein Gegner noch. Ja, hier. Zielsuchende Granate, ist klar. Die schweben um den Gegner drumherum. Natürlich. Natürlich, Zielsuchende. Oh. Da blinkt's überall um einen drumherum, ne? Das macht einem schon so ein bisschen körder. Da sind noch... Irgendwo ist noch einer? Hinter uns muss der irgendwo sein. Oh, Poti, 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 Poti. Oh, Tippo. Gefallener, komm raus, komm raus zum Spielen. Wer ist der Gutegefallener? Du ist der Gutegefallener. Oh, Poti, 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 Poti. Ich weiß nicht. Na gut, dann ist er vielleicht doch nicht mehr da. Aber ich hab noch was gehört. Ja, ich auch. Aber der hat sich wahrscheinlich einfach eingepisst und... Eeeh. Deswegen ist ja auch der Fallen, die rutschen immer auf ihrem Pipi aus. Deswegen heißen sie ja gefallen, ne? Stroll, Stroll, Klatsch. Hier ist ein bisschen Party. Party, da sind Käpt'n. Oh, da war ein Käpt'n. Inzwischen sind wir uns auch nicht mehr so ein großes Problem. Ne. Das sind halt auch alle Stufe 4, gerade, ne? Leider einfach mit meinem 1.000-Stress rein. Und dann geht das. Oder sozusagen... Eine Ritter. Ein bisschen langweilig geworden, ja? Keine Chancee. Wir sind überlebig. Hallo? Nein. Die Laufelwechsel. Nein. So ein schwarzes Loch. Oh, super, bereits schön. Noch gar nichts gemacht. Was ist denn dein Super eigentlich? Ich geb' da so ne goldene Pistole. Das tut es... Au! Merk's schon. Uh, Diener der Augen. Ich glaube, der... Oh mein Gott, da gibt ja kaum Schaden. Oh, dann müssen wir da mal... Oh, der hat vorangezeichnet ein Level. Der hat... Alter, was ist das? Der ist immun. Wir machen ihm keinen Schaden, weil der Zugang zu uns ist. Ja. Was? Empfohlenes Licht 110. Was? Ähm, in diesem Spiel ist es so, wenn die Gegner fünf Level überein sind, macht man ihm keinen Schaden. Ja, okay. Ich hab nur immun gesehen, dann hat er einmal so ein Ding geschwungen. Da steht ja gar nicht, was der für ein Level hat, die blöde Kuh. Ja, das ist so ein... Wann bitte trotzdem auch von dem wegbleiben? Ja, ich... Ich würde sagen, ich schicke uns jetzt mal wieder in Orbit. Ich schicke uns wieder in Orbit. Klar, bitte. Ja, ja. Das ist das... Reicht jetzt erstmal. Wir haben genug Kursen und Rom gesehen. Oh, er kommt. Er kommt. Alles gut. Mit dem Orbit. Schnell. Ja, du hast aber nicht... Du hast uns nicht mitgenommen. Aber, 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 aber... Aber wir nicht. Schnell. Ab, wir müssen jetzt selber in Orbit. Ah, drück. Jetzt kommt's. Aber du hinst der Gruppenleiter. Locker haut er mir noch in den Rücken. Locker haut er mir noch in den Rücken. Achso, du warst ja der Gruppenleiter. Ach, stimmt. Okay, ja, ja, wir haben ja gar nicht... Okay, ja, okay. Ja, 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 ja. Passt schon. Oh, mein. Ey, aber das Vieh war übel. Ja, das ist ja... Das war ja... Das war ja... WoW war das ja das Gleiche. Aber jetzt ist... Das ist so ein hohes Level an, das man hier aussieht. Warte, 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 warte. Ich trete dem Einsatz drück bei. Yee. Bitte warte. Okay. Okay. Ich würde eh sagen, jetzt gehen wir noch kurz in Orbit und rüsten uns neu aus und dann ist es erstmal... Ja, dann machen wir erstmal Pause. Machen wir erstmal Pause. Alter, empfohlen 100... 100 Licht, ne? Wir sind auf 24. Ja. Wir sind auf 24. Kannst du das jetzt aussuchen oder muss ich das machen? Äh, ich glaube, du musst das machen als Gruppenleiter. Hm. Kannst du aber auch zum Gruppenleiter machen. Das geht hoch. Äh... Wie verantwortlich du abgeben willst. Ja. Ready, sir. Wie denn? Geteilt. So. Tirm rauswerfen ist das, ne? Genau so. So, jetzt viel festlegen. Turm. Wir gehen jetzt erstmal zurück zum Turm. Ja. Ich habe richtig viele von diesen Grünen genossen. Ah, ich freue mich. Ich freue mich voll drauf. Das zeug ich jetzt zu. Ja. Das ist ja eigentlich nichts anderes wie identifizieren bei den anderen Spielen. Ja, stimmt. Das ist wirklich so. Du hast halt irgendwie sowas wie ein Rezept oder sonst was und musst du es halt dir erstmal genauer angucken, ne? Das ist halt wie Rezepte in Kuel, ne? Genau. Ja, in Kuel. Weil es ist... Du hast ja so ein Gewehr und es muss enkodiert werden, weil du guckst es dir an und siehst ja aus dem Gewehr, aber ich weiß nicht, wie ich den Abzug betätige. Enkodieren sie das bitte. Ja, macht Sinn. Dann guck dir das an, sagt, das ist das und das Gewehr gibt es dir zurück und du so, ja, jetzt weiß ich auch, wie das geht. Ja. Und ich so, plopp. So. Ah, ist das schön. Boah, mit unseren Synchronschiffen hier. Ich muss mich wieder hart konzentrieren, dass ich euch nicht anstoße. Vorsicht. Ah, mit reiner Willenskraft. Deswegen schwebe ich über euch. Ne, andersrum. Ich bin oben. Ich bin oben. Ich bin oben. Was? Jeder will mal oben sein. Ja. Ist okay. Das ist okay. Hui. Yee. So, ich lasse das jetzt erstmal alles sowas von wegenkodieren. Ja, ich auch. Meister Rahul. Gibt ja auch gut ansehen. Da bist du schon da eigentlich. Er hat halt einen schnelleren Ladebildschirm als wir Lappen hier. Prämie. 200 Flocken bekommen. Nice. Der freut sich richtig. Oh, schöne, schöne. Alter, ich kriege hier gerade richtig geile Sachen. Alles grün. Und ein blaues. Warte, die Lichtpartikel sind immer. Warum? Ich hab, alter Schwede, hab ich geile Sachen bekommen. Boah. Ich hab ne Waffe, die heißt Darius. Okay. Schön. Ist das? Das Automatgewehr. Moment. Ist das jetzt Impulsgewehr? Endlich, endlich hab ich jetzt auch Gewehre mit so nem Spezialzeug mit Solarangriff. Er fordert Level 11. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Ich hab hier ein Scharfschützengewehr für Stufe 7 und es hat so lila Angriff. Okay. Was ist denn, bitte? Wie besser, ja. Darius, das ist das Maschinengewehr. Nice. Kannst werden Munition für Handfeuerwaffen tragen, für Scoutgewehre. Da hab ich auch. Aber du möchtest das für Scoutgewehre haben, weil das brauch ich, ja. Minderes, Nachladen mit Automatikgewehren. Schlimmeres, Nachladen mit Scoutgewehren. Jetzt war halt ich mit Scoutgewehren. Plus Stärke, Stärke müsste für mich ja ganz gut sein eigentlich. Bei 36. Ich glaub, ich nehm das da. Ach, da sieht man auch immer gleich, jetzt bin ich schon hier, ausschließend Level 25. Genau, das siehst du gleich. Aber was bringt mir denn Disziplin? Ich weiß auch nicht, was die Werte bringen. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ah, ich guck gerade. Disziplin verringert die Abklingzeit deiner Granaten und du kannst sie häufiger einsetzen. Ah, weil du disziplinierter bist. Das macht Sinn. Intellekt verringert die Abklingzeit der Chaos-Faust und du kannst sie häufiger einsetzen. Und Stärke verringert die Abklingzeit der Sturm-Faust. Okay. Also das ist pro klasse. Ah, okay. Ist ja so gedödelt. Hier tue ich mal meine ganzen Stufe-Dreier-Sachen hier mal zersagen. Ich bin jetzt Item-Level 27. Ich bin 29. Was? Ja. Voll hübsch. Achso, du meinst Lichtstufe. Ja, ich bin. 28. Ich bin das Schlusslicht. Ich hab voll den schönen Brustkörper. Oh, guck mal. Guck mal mich an. Oh, Alter, du bist rot, Alter. Ey, Alter. Siehst echt cool aus. Guck mal, meine 5000 Watt-Base-Machine gehört. Geht voll ab, Alter. Oh, ich hab jetzt einen Teng... Was ist das? Das ist ein Tengoku-Fusionsgewehr. Alter, die Fusionsgewehre sind voll geil. Das macht Spaß. Alter, guckst du dir mal das dicke Gewehr auf meinem Rücken an. Was ist denn da verkehrt gelaufen? Ich hab Schützengewehr. Achtung. Dreh dich. Alter, wie sehe ich denn jetzt bitte aus? Das ist hübsch. Das sieht eigentlich genauso wie meins. Dickes Gewehr. Guck mal, wie ich aussehe hier, ey. Sag mal. Oh. Du bist so schön. Aber ich hab jetzt auch so eine schwere Wache. Wie nimm ich mal denn die, bitte? Alte Leute, ihr habt es euch verdient. Ich dance für euch. Also meine Waffen sehen doch nicht übel aus, ne? Also hier. Wie kommt man denn an die schwere Waffe ran? Ähm, das ist... Die schwere Waffe ist eigentlich immer das, was du mit... Die Zweitwaffe, die du holen kannst. Mit dem... Mit dem Dreieck. Moment. Ich hatte... Ich hatte was auf schwere Waffen. Ein blaues. Und das ist jetzt weg. Aber ich hab jetzt insgesamt... Ich hab jetzt eine Primärwaffe. Schwere Waffe, die sind noch nicht freigeschaltet. Wenn du... Also wenn du keine... Das ist die dritte Waffe. Dafür musst du es gedrückt halten, das Dreieck. Ah, okay. Dann musst du es gedrückt halten. Alter. Du hast deine schwere Waffe aus. Gib dir... Was muss ich gedrückt halten? Ui. Das Dreieck. Also Dreieck kurz drücken, Spezialwaffe. Und Dreieck lang drücken, schwere Waffe. Ja. Warte mal. Ich hab aber keine schwere, obwohl ich gerade blaue hatte. Ach, schade. Also ich hab auch noch keine schwere Waffe gefunden. Ich hatte aber gerade so ein... Aber hieß das schwere Waffe? War das eine schwere? Ja, das war eine schwere. Och, naja. Ich find noch eine. Vielleicht ist die ja auch... Vielleicht hat die nicht dein Level. Dann wird sie dir nicht angezeigt. Ich hab auch eine gefunden. Aber für Stufe 11. Weil wir ja in Stufe 11 Gegner getötet haben. Okidoki. Ey, das ist alles egal. Da holt es die 24. So. Wollen wir uns irgendwo schick hinstellen? Nochmal dancen oder wie? Jo. Am besten hier vorne, wo das... Wo alles begann. Wo unser Start war. Wir haben schon einen verloren. Nur fünf Level. Einer ist... Einer hat es schon nicht mehr geschafft. Dancen. Oh, ich tanze mit Honey. Honey tanze mit Olli. Und Olli tanze mit Honey. Keiner tanze mit mir. Das ist ein Zeichen. Oh Gott. Du, du, du. Ja, cooli. Ja, das war doch schön. Sehr gut. Und dann... Dann machen wir an dieser Stelle erst mal... Flotz. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Kommentieren und Daumen nach oben nicht vergessen. Richtig. Liken, favorisieren, teilen, abonnieren. Du sagst deine Mama, sagst deinem Hund, sagst deinem Meer. Schweinchen. Genau. Tschüss. Bis dann. Tschau.